Kann ich zwei Jahre vor abschlagsfreien Rentenbeginn in die Arbeitslosigkeit gehen, wenn ich zu diesem Zeitpunkt schon die 45 Jahre Wartezeit erreicht habe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine Anfrage erhalten auf Rentenbescheid24.de. Sinngemäß geht es darum, der Versicherte ist im Jahr 1961 geboren. Er erreicht mit dem 64. Lebensjahr und sechs Kalendermonaten im Monat September 2025 den erstmöglichen Termin, um eine abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 45 Jahren Wartezeit zu erreichen. So weit, so gut. Er teilt auch mit, dass er aller Voraussicht nach im September 2023 die schon 46 Jahre Wartezeit erreicht hat. Er hat das selber nochmal in der Rentenauskunft geprüft. So, sein Arbeitgeber möchte ihn loswerden und bietet ihm an, dass er praktisch im September 2023 dann mit einem Aufhebungsvertrag in die Arbeitslosigkeit geht. Der Arbeitgeber übernimmt dann auch noch die drei Monate Sperrfrist und auch die Verkürzung des Arbeitslosengeldbezuges, die ja dann eintritt, die ja dann noch zusätzlich zur Sperrfrist eintritt. Alles wunderbar. Und jetzt kommt die entscheidende Anfrage. Muss ich mir Sorgen machen wegen den 45 Jahren Wartezeit? Wird da irgendetwas nicht angerechnet oder doch angerechnet? Habe ich jetzt hier vielleicht einen Denkfehler? Meine Damen und Herren, das ist eine relativ einfache Sache. Sie haben im Grundsatz einen kleinen Denkfehler. Es ist richtig, so sagt es auch das Gesetz, § 51 Absatz 3a SGB VI, Arbeitslosengeldzeiten oder Bezug von Arbeitslosengeld zwei Jahre vor Rentenbeginn wird auf die 45 Jahre Wartezeit nicht angerechnet. Okay. Wenn Sie im September 2023 erst 43 Jahre oder 44 Jahre Wartezeit hätten, anrechenbare Wartezeit auf die 45 Jahre, da hätte ich schon mit dem Warnzeichen den Finger gehoben, hätte gesagt, Vorsicht. Wenn Sie aber im September 2023 die 45 Jahre schon erreicht haben, sogar schon oben drüber sind, dann können Ihnen die zwei Jahre Arbeitslosengeldbezug völlig egal sein. Dann spielt das überhaupt gar keine Rolle, denn Sie haben ja schon im September 2023 zwei Jahre vor Rentenbeginn die 45 Jahre Wartezeit erreicht. Jetzt vielleicht noch die entscheidende Frage, was passiert denn mit dem Arbeitslosengeld 1 Bezug? Wird es mir trotzdem in die Rente mit einberechnet? Na klar, auf jeden Fall. Also das ist ja nicht weg. Nur weil es an die Wartezeit nicht angerechnet wird, wird es aber selbstverständlich mit den entsprechenden Berechnungsvorschriften zur gesetzlichen Rentenversicherung auf Ihren Rentenkonto mit entsprechenden Beiträgen durch die Bundesagentur für Arbeit gezahlt, gut geschrieben. Also von der Seite her kein Problem. Der Rentenverlust für zwei Jahre Arbeitslosengeldbezug ist relativ, ich sage es jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, relativ gering. Da müssen Sie sich also nicht so große Gedanken machen. Wenn Sie da mal das genauer wissen wollen, dann müssen Sie einfach eine Vergleichsberechnung machen wie Rentenpunkte, wenn Sie weiter arbeiten gehen und Rentenpunkte bei Bezug von Arbeitslosengeld 1. Da ist die Differenz oder der, sagen wir mal, der Verlust eben vorsichtig ausgedrückt relativ gering. Also meine Damen und Herren, wer die Wartezeit 45 Jahre, zwei Jahre vor Rentenbeginn schon erreicht hat, kann im Grunde genommen sich entspannt in den Sessel lehnen und in das Arbeitslosengeld gehen. Natürlich kann es sein, dass die Bundesagentur für Arbeit trotzdem Ihnen Stress macht und Sie versucht zu vermitteln. Aber das ist ja eine völlig andere Frage. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.